Portwell hat auf der Embedded World sein erstes Calpella basiertes Mainboard vorgestellt, das auf die neuen Core i5 und Core i7 Prozessoren von Intel mit Arendelle Kern basiert. Dieses Mainboard ist allerdings noch im ATX Formfaktor, das heißt deutlich größer, also ein Mini-ITX hat dafür aber deutlich mehr Erweiterungsfunktionen, nämlich einen PCI-Express 16X und vier weitere PCI-1X. Als weiteres noch zwei Mini-PCI-Express-Slots und zwei Speicherbänke für DDR3-Arbeitsspeicher. Dieses Mainboard will aber Portwell auch im Mini-ITX Formfaktor anbieten, das dann natürlich einige Funktionen weniger beinhaltet, aber dann ordentliche Leistung auf kleinstem Raum bringt. Das ist der erste Teil der